ja liebe youtube freunde endlich hat es mal ein bisschen geregnet zwar nur fünf millimeter aber besser als nichts heute nachmittag waren wir noch schnell mal in bern und ich war auch noch im bären graben die bären sind im moment nicht dort und besucher dürfen da rein und wir haben auch zugeschaut wieder im bauerhaus ein erziger bier unser dorf feiert diesen september 750 jahre dafür hat dem burgdorf extra ein bier gemacht für uns erziger jetzt haben wir unser eigenes bier das hat auch nicht jeder und hier die eigene halloween bradmürte auf dem grün na dann brost schmeckt sehr gut nur zu empfehlen kommt doch auch nach erzigen denn nur hier gibt es das erziger bier zu kaufen jawohl jawohl